Hallo, mein Name ist Markus Sorg. Ich bin Trainer der U19-Fußball-Nationalmannschaft. Berufsbedingt bin ich sehr viel unterwegs und sehr eingespannt. Dennoch vergisst man zu leicht, was für ein Glück man hat, einen Weg zu bestreiten, der einem erlaubt, einen Beruf auszuüben, der Spaß macht. Einen Weg zu bestreiten, der einem erlaubt, die Familie in einem sozial gefestigten Umfeld bewegen zu lassen. Einen Weg, der einem erlaubt, gewisse Entscheidungen frei zu fällen. Diese Möglichkeit hat nicht jeder. Deswegen bin ich sehr dankbar, dass ich diesen Weg bestreiten konnte. Diesen Weg kann nicht jeder als Familienvater machen, als Familienmutter. Vor allem können diesen Weg nicht Kinder bestreiten. Und zwar nicht nur Kinder außerhalb von Deutschland oder außerhalb von Europa, sondern Kinder in unserer Region, in unserer unmittelbaren Nähe. Genau diesen Kindern zu helfen, haben sich die Mitglieder und Mitarbeiter von Ulms kleinen Spatzen zur Aufgabe gemacht. Daher bitte ich Sie, unterstützen Sie Ulms kleine Spatzen, unterstützen Sie Kinder aus unserer Region.